Hallo, schönen guten Tag. Heute zeige ich euch, wie man Spagat lernt. Als erstes den Prinzensitz halten, dann das Bein strecken, Nase aufs Knie, Fuß flex, dann den Fuß strecken, wieder die Nase aufs Knie, Dehnung halten und dann stellt ihr euch hin und rutscht ganz langsam, soweit ihr könnt, immer ein bisschen weiter runter in den Spagat. Schön gerade sitzen, Knie in den Strecken, wippen zehnmal, wieder Nase aufs Knie, halten und fertig.